Mir geht es ganz gut. Allgemein geht es uns auch ganz gut. Die letzten drei Spiele waren jetzt ein bisschen enttäuschend. Die Jägerrolle, ich denke mal, die kommt uns ganz gelegen. So haben wir den Blick weiterhin nach oben und schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich noch ergattern. Jeder Punkt zählt im Aufstiegsrennen. Klar hätten wir jetzt mehr Punkte haben können, aber das ist alles Vergangenheit. Wir haben jetzt den Blick nach vorne und schauen auf Kaiserslautern. Kaiserslautern steht jetzt zwar noch unten drin, aber wir unterschätzen keinen Gegner und wir gehen die Sache gewissenhaft an. Lautern erwarte ich Kämpferisch stark, aber wir schauen auf unser Spiel. Wieder Vollgas geben, für die Mannschaft kämpfen. Hallo liebe Unioner, es sind noch sechs Spiele. Wir zählen auf jeden von euch. Wir erwarten euch am Wochenende gegen Kaiserslautern, sodass wir drei Punkte zuhause lassen. Eisern! Bis zum nächsten Mal.